Ich bin interessiert, das schon. Okay, und da das jetzt nicht funktioniert hat, das Ganze nochmal von vorn und dann speichere ich zwischendurch nochmal. Sollte man ja auch immer wieder. So, okay, dann einmal bitte den hier. Okay. Verdammt, wir sind ja nicht getroffen. So ein Müll. Ich komme da nochmal mit mehr Leben raus. Ganz bestimmt. Irgendwann oder mit weniger. Kann natürlich auch sein. So, dann wollen wir mal. Gut, der hat mich nicht erwischt. Der auch nicht. Ja, ich habe ihn erwischt. Sehr schön. Dann können wir gerade mal speichern. Und dann läuft das Ganze doch wieder. Stimmt, dann kommt ja jetzt wieder der um die Ecke. Hallo. Danke schön für die Munition. Und kann man auflösen, bitte. So, dann ist das die, dass da oben noch einer steht. Oh, sehr schön. Ohne Treffer. Sein Gewehr hat er mir auch da gelassen. Gut, praktisch. Und. Was auch immer hier hinten ist. Ich sollte es mal ausprobieren. Äh, gucken, was hier abgeht. Kann man jetzt eigentlich schieben oder so. Ich meine Schub. Nein, nein. Stimmt, es war ja auch gar nicht gekennzeichnet für irgendwelche Machtaktionen. Also, was ist das jetzt merkwürdig? Ich komme nicht ganz hin. Darauf komme ich auch noch nicht. Also, was mache ich? Ich laufe zurück. Hm. Na, na. Hm. Okay. Wieso habe ich eigentlich wieder nur... Ach, meinst du ging nicht so ein Keks. Speichern nochmal. Denn dann kann ich... Mal versuchen. Zu spät, Leer, hast du gedrückt. Hm. Naja, gut, was soll's. Dann gehe ich eben links rum, wie ist eigentlich... ...der Story zufolge sein müsste. Nehme ich doch mal an. Obwohl, darum könnte ich bestimmt auch laufen. Ich bin sicher, dass... Äh, cooler. Okay, irgendwer schießt da wieder auf mich. Und die Aktion war mega dämlich. Ähm... Ziemlich viel Leben dabei verloren. Irgendwie kann ich gegen Buki-Blaster nicht so viel ausrichten. Nun ja, was soll's. Dann, ähm... ...wird's eben hier mitgehen müssen. Klasse. Stimmt ja, das war dieser blöde Sniper da oben. Ähm... Ich glaub, ich sollte mich dann einfach zurückziehen, den ausfindig machen und ausschalten. Wär das? Wahrscheinlich schon die beste Variante. Ähm... Ja, ja, ja. Da kommen sie schon. Und ich zieh mich wieder zurück. Da läuft einer rum. Ja, das ging jetzt ab. Da hat er auf mich geschossen. Sehr schön. Hm. Okay. Reintür haltig müsste da ja noch mehr sein. Reintür haltig. Praktisch ist er nicht mehr da. Ich glaub, ich hab ihn sogar erwischt. Hö, hö. Wenn er gleich nicht mal wieder davor kommt. Dann müsste ich ihn eigentlich erwischt haben. Ist doch schon mal ganz gut. Jetzt muss ich gucken. Oh. Oh, da ganz oben. Ach, du meine Güte, ist das Dübel. So kann er mich nicht treffen. Und hier dürfte er mich... ...eigentlich auch nicht mehr treffen können. Weil er versucht es trotzdem. Na gut. Äh... Das sieht nicht gerade gut aus. Das sieht nicht gerade gut aus. Okay. Könnte einer von euch mal irgendwie hier in einem Fenster erscheinen. Oder ich mach's wie ihr und... ...und... ...versuch's so. Einen hätte ich schon mal. ...und dem anderen sollte ich klarkommen. Von daher... ...da ist er. Was geht hier ab? Oh, also noch mehr. Okay. Dann... Ach, ne, schon wieder die Ecke. Das wird hier noch sehr, sehr interessant werden. Sehr, wirklich sehr interessant. Und um die Ecke. Einen hab ich ja schon erwischt, was echt cool ist. Der andere kommt jetzt noch. Ach, so ein Müll. Jetzt hab ich wieder so viel Leben verloren. So, muss ich mich beeilen, um über die Brücke zu kommen, wegen den Scharfschützen. Der muss doch da irgendwo auf der Brücke sein. Hm. Wie wär's denn jetzt schon mal mit einer Granate? Das wär doch sicher... ...interessant. Oh, wenn die Granate gelandet ist. Die war nicht bei mir. Hm. Ist ja gut. Ich weiß ja, dass die Granaten fallen lässt. Musst du mir ja nicht unbedingt noch den Kopf werfen. Gut. Dann... ...kommt eine in diese Richtung. Und eine in diese Richtung da rein. Und noch eine in... ...dieser Richtung. Und in die Richtung kann's auch mir sicher nicht schaden. Hm. Okay. Das ist natürlich die blöde Variante gewesen. Und jetzt... Damals hab ich zum XP-T Rise Thema! Aber mal! ...denkWork! Das ist jetzt bald hier!